Die deutsche Vorstadt in Moskau, die Niemetske Slobada Viele Deutsche lebten in Moskau im 17. Jahrhundert. Als Lebensraum wurde den ausländischen Fachkräften eine besondere Örtlichkeit am rechten Ufer des Flusses Jauso zugewiesen. Obwohl in der Vorstadt Angehörige der verschiedensten Nationen wohnten, wurde sie die deutsche Vorstadt, die Niemetske Slobada, genannt. Dieses Mosaik, das die Siedlung der Deutschen abbildet, befindet sich in der Nähe der U-Bahn-Station Baumannskaya an der Vorderseite eines der Wohnhäuser, der ehemalige Marktplatz der deutschen Vorstadt. Hier ist die alte Bebauung erhalten geblieben. Auch heutzutage gibt es hier noch Geschäfte. Eines der Gebäude kann noch das ursprüngliche Verblendmauerwerk und die alten Rahmen für Geschäftsschilder vorweisen. Der Palast des Schweizers und Vertrauten des Zaren Peter I. Franz Lefort. Nach dem Tod Lefort wurde der Palast als ein Ort für Theateraufführungen und Empfänge sowie Residenz der ausländischen Botschafter genutzt. Jetzt ist dort das Sonderarchiv Moskau untergebracht. Der Fluss Chichora war einst die Grenze der deutschen Vorstadt. In unseren Tagen fließt er nur mehr unterirdisch durch ein Rohr unter den Straßen Nizhneja Krasnuselskaya, Dobroslobotskaya und Denisovsky Periulok. Franz Anton Christoph Hilferding war Tänzer, Ballettmeister und Choreograf aus Wien. 1758 bis 64 war er Leiter des Kaiserlichen Balletts in St. Petersburg und Moskau. Das Gebäude der Polizei war Heilefortowa. Jetzt ist hier eine der Fakultäten der Moskauer Rechtswissenschaftlichen Staatsuniversität untergebracht. Phanagroianische Kasernen Ursprünglich war hier im 18. Jahrhundert der Wohnsitz des Hofarztes Johann Lestock, der kaiserlicher Leibarzt war. 1910 wurde hier das Phanagroianische Regiment einquartiert. 1910 wurde hier im 18. Jahrhundert der Wohnsitz des Hofarztes geöffnet.